So, hallo und guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Analyse-Tag oder Analyse-Morgen. Heute ist der, ja, ein schöner Juli-Tag, der 6. Juli 2022. Und wir schauen uns heute den Dow-Chunt Industrial Average Index an, also Schrägstrich den US-30 CFD, der quasi als Lokomotive, als Zugpferd der Wirtschaft zu bezeichnen ist, beziehungsweise natürlich auch respektive den DAX und andere Werte eher nachempfindet. Das heißt, wenn man hier die Analyse im Dow-Chunt tätigen, kann man dieses durchaus auf andere Indizes auch übertragen, natürlich mit der jeweiligen objektiven Betrachtung. Aber grundsätzlich sehen wir hier mal Folgendes, und ich habe es euch schon recht schön eingezeichnet, auch als Perspektive für die Zukunft, wo könnte es denn hingehen, wo könnte man es denn hinbewegen. Momentan befinden wir uns so bei 30.860 Punkte gerade. Wir müssen bedenken, dass der Primärtrend, also der Aufwärtstrend, der hier im Blau eingezeichnet ist, natürlich sehr, sehr schön nach oben gegangen ist, aber der natürlich auch in eine Seitwärtsphase, in eine unterstützende Seitwärtsphase gegangen ist. Aber diese unterstützende Seitwärtsphase ist natürlich nur bedingt haltbar. Wir sehen es hier in grün, dass wir hier die markanten Punkte eingezeichnet haben, beziehungsweise eingetragen haben. Aber bitte bedenkt, dass natürlich auch diese Phase hier deutlich gebrochen worden ist, auch wenn wir hinten im Kreisdiagramm noch mal den kurzen Rebound oder den Retest gehabt hatten, der aber dann tatsächlich als erfolglos dargestellt worden ist. Und da sind sehr, sehr viele reingefallen oder in die Falle getappt. Und wir haben dann natürlich eine sehr, sehr schöne Abwärtsbewegung infolgedessen generiert. Der markante orange Balken hier, ich bezeichne es als Titel B, ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil das so quasi die Supportzone war. Und ich bezeichne es als Zone insofern, da wir hier keinen markanten Punkt haben, sondern eher die Zone. Und die Zone wurde ganz klar verlassen, hat sich auch in einen Abwärtstrendkanal, in Abwärtstrendlinie münden lassen. Und da kommt natürlich auch die entsprechende Häufigkeit des Verfalls zustande. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, auch im Fibonacci-Level. Wir sind hier am 50er, Fibonacci, wenn wir es von unserem letzten Tief zu unserem Hochantragen und dem Rückkehr-Level nehmen, dann sehen wir natürlich, dass wir hier auf jeden Fall Retracement 50 haben. Also hier haben wir die Rückkehrbewegung bis zum 50er auf jeden Fall möglich. Dann, wenn wir natürlich das 50er als erstes anpeilen, dann ist natürlich das 61,8er immerhin bei 25.400 Punkten auf jeden Fall greifbar. Jetzt erst einmal 27,646. Da ist auf jeden Fall eine gewisse Unterstützung da. Aber bitte bedenken, dass wir uns hier dann in einem absoluten Bruch des Primärtrends befinden, den wir jetzt eigentlich schon im Grunde gebrochen haben und in eine neue Trendstruktur übergehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Ganze wird auch von einem entsprechenden Volumen begleitet, von einem entsprechenden Liquiditätsabfluss. Und das spricht eigentlich für einen sehr beständigen, für einen sehr markanten, ständig andauernden Trend. Wenn wir unten auf den RSI gehen, dann sehen wir hier natürlich ein bisschen Modifikation. Den RSI auch in der Verkäuferzone, auch rot gezeichnet. Alle, die die Streams und den gestrigen Livestream gesehen haben, wissen ja bereits, wie wir da immer drauf antworten und wie wir das auch immer objektiv gestalten. Ich würde es euch auch immer empfehlen, einzuzeichnen. Wir sehen hier, dass wir grundsätzlich etwas abwärts gerichtet sind. Auch hier könnte man durchaus eine Abwärtstrendlinie einzeichnen, wobei diese natürlich immer sehr eigenständig zu betrachten ist. Nehmen wir das Ganze aber als Trendkanal, dann gibt es sich schon ein schöneres Bild. Dann sehen wir durchaus, dass wir hier die Möglichkeit haben, einen Abwärtstrendkanal zu bilden. Den Kanal könnte man theoretisch gesehen sogar etwas weiter nach oben ziehen. Also das heißt hier hinten in diesem Beginn der Seitwärtsphase in der Unterstützenden haben wir hier bereits eine Divergenz und die geht nach unten. Und das zeigt natürlich auch die Schwäche im Dow Jones auch schon vor der Ukraine-Krise. Das muss man natürlich bedenken, das sollte man nicht aus Acht lassen. Aber auch das sind alles so Indikatoren, dass man sagt, naja, der Markt hat an sich oder lässt an sich federn. Das gleiche sieht man auch im DMI in dem Vergleich zu den steigenden und den fallenden Kursen, haben wir hier auf jeden Fall in rot gekennzeichnet. Hier die fallenden Kurse deutlich überhand. Das heißt hier gehen wir auch etwas weiter aus der Hand, hier gehen wir auch etwas an Dynamik zu. Und gerade wenn wir im Momentum sind, könnte man auch im Momentum Indikator drauflegen, um auch die Stärke zu messen. Aber dieses, glaube ich, erübrigt sich jetzt in diesen Gebilde, weil man es erst einmal am Chart Bilds recht schön erkennen kann und natürlich auch in den Indikatoren. Die Stochastik zeigt auch das ähnliche Bild. Wir sind auch in der Verkaufszone, haben uns auch einmal kurz an die Neutralzone herangewagt. Aber alles das ist im Keim erstickt worden und all das war von keinem größeren Erfolg geprägt. Auch hier sieht man das schöne Signal. Wir hätten hier nochmal den Rühtest gemacht, aber auch die Indikatoren, alle drei haben es nicht bestätigt. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Also hat sich hier kein Punkt ergeben, wo man einkaufen könnte. Jetzt befinden wir uns gerade in der Neutralzone in unserem Abwärts-Trendkanal. Der Abwärts-Trendkanal zeigt uns natürlich die Richtung an. Es ist mit 1 gekennzeichnet, ist die Abwärts-Trendlinie und mit A ist der Trendkanal gemeint. Und natürlich zieht diese A perspektivisch nach unten. Jetzt, wie gesagt, das 50-Jährige-Tracement, das übergeordnete Ziel, da haben wir noch ein bisschen hin. Aber wir müssen natürlich auch kleine Schritte wahrnehmen, das nächste kleine Schritte wäre möglicherweise hier hinten das Szenario, dass wir in diesen Bereich als Support reingehen. Da muss man ein bisschen schauen, wie wertig das ist. Wir befinden uns jetzt schon in der Anfangssituation. Da haben wir so einen kurzen Rebound gehabt, einen kurzen Aufschwung, aber grundsätzlich, wenn man es genau nach der Dow-Theorie nehmen würde, hätten wir hier die Abwärtsbewegung hervorragend. Und es wäre jetzt eine sehr, sehr schöne Abwärtsbewegung auch nach Ciao Dow. Also, das wäre natürlich so das typische Thema, also eher etwas konservativ, etwas respektivisch nach unten gerichtet. Wie gesagt, immer keine Kauf- und Verkauf-Empfehlung. Aber das ist für die technische Analyse sehr, sehr wichtig, dass man sich ja ihr entsprechende Gedanken macht und das Gesamtbild auch in den kleineren Zeiteinheiten nicht außer Acht lässt. Auch wenn man in kleinen Zeiteinheiten tradet, sollte man das große Bild grundsätzlich mal beachten, in welche generelle Richtung man kauft und tradet. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche, einen weiteren oder einen gelungenen Mittelteil der Woche. Und ansonsten wünsche ich euch noch bis zur nächsten Analyse alles, alles Gute. Und gerne für Vorschläge, für Einzeltitel oder wie auch immer, gerne Wünschen, Anregungen, die Kommentare schreiben. Und für ein Like freue ich mich natürlich immer. Tränen Perspektive sagt vielen herzlichen Dank, gute Woche und immer aufpassen auf die Bestätigung. Danke, danke, macht es gut und Ciao, Ciao.